Das ist so ein komischer Vogel. Habt ihr gehört? Der macht so geile Geräusche und das macht er den ganzen Tag. Total cool. Ich hab den gesucht die ganze Zeit bis ich ihn mal ganz oben auf der Baunkrone entdeckt habe. Los machen wir nochmal. Nochmal. Tu es. Tu es. Tu es jetzt. Tu es. Geil oder? Mischung aus Ente und irgendwas.